Der FC Bayern München gewinnt mit 3 zu 0 gegen Lazio Rom und zieht damit ins Viertelfinale der Champions League ein. Es ist einfach so schön, ich liebe diese Bildschirme hier. Kane, 38, 45 plus 1, Thomas Müller und 66. Minute nochmal Harry Kane. Der FC Bayern München hat endlich mal wieder eine richtig, richtig starke Leistung abgeliefert. Und, es ist verrückt zu sagen, aber es war eine taktische Thomas Tuchel Masterclass. Was der Mann hier in dieser Partie auf den Platz geschickt hat, war richtig, richtig gut. Und in diesem Video zeige ich euch einmal die Taktik, mit der Thomas Tuchel den FC Bayern München ins Rennen geschickt hat. Und erkläre euch, was daran so gut war, was es so besonders gemacht hat. Und ich würde sagen, wir schalten hier einmal um. Ihr kennt es, den Tactical Feed. Das ist quasi jetzt meine Taktik-Tafel, an der ich euch das Ganze erklären möchte. Wir sehen hier erstmal die grundsätzliche Anordnung, das grundsätzliche Spielsystem, wie es auf dem Papier für den FC Bayern München aussah. Wir hatten Kimmich als rechten Verteidiger, De Ligt und Eric Dyer zusammen in der Innenverteidigung. Überraschend ja, dass hier nicht Minjay Kimm stand und links dann Raphael Guerreiro. Die Doppel-Sechs wurde mit Alexander Pavlovich und Leon Goretzka gespielt. Auf der 10 stand Thomas Müller, rechts außen war Leroy Sané und auf der 10 links stand Jamai Mosella und ganz vor einem Sturm Harry Kane. Ich habe es euch ja gestern schon ein bisschen im Stream gezeigt. Das hier ist quasi die Taktik, die der FC Bayern München gefahren ist. Und das stelle ich euch jetzt eben in diesem Video vor, wie es gelaufen ist. Hier sieht es ja wie aus, das wird gleich hier aber in der anderen Ansicht etwas deutlicher. Und zwar war das, wie es auf dem Papier aussah. Im Spiel sah es tatsächlich etwas anders aus, denn da war das wieder eher so. Zack, zack, so. Und eher hier, Goretzka ein bisschen nach da, Pavlovich hier und so. Auf dem Papier war das mehr ein 2-4-3-1 zum Beispiel, wenn man sich das nur so anguckt. Denn wir haben Guerreiro, der immer wieder quasi, wenn er normalerweise hier steht, wo jetzt mein Mauszeiger ist, ist er immer wieder nach da vorgeschoben. Gleiches gilt für Joshua Kimmich von hier nach da. Und die Innenverteidiger sind beide ein Stück nach rechts geschifftet. Beide sind ein Stück nach rechts gegangen und haben das quasi verschoben. So sieht es jetzt erstmal ein bisschen wir aus, dieses System. Aber es hat tatsächlich alles einen wirklich verrückt guten Sinn. Und zwar, jedes Mal, wenn Rafael Guerreiro eben von hier nach da geschoben ist, und der hat hier weit in der Außendien gelauert, teilweise wirklich sehr, sehr weit mehr nach vorne geschoben, dann ist vor allem im Aufbauspiel, wenn er es im Aufbauspiel eben diesen Weg gemacht hat, dann ist Leon Goretzka, der sagen wir mal normalerweise so steht, ist hier hinten nach hinten links gegangen. Der hat quasi einen, wenn man eine Dreierkette spielen will, würde man sagen, er war der linke Innenverteidiger. Er stand nicht ganz außen, um wirklich ein Linksverteidiger zu sein, sondern er war in der Theorie ein linker Innenverteidiger in einem Dreierkettenaufbau. Dann hat sich zusätzlich natürlich auch immer Joshua Kimmich hier, ihr seht es, Kimmich auch nach vorne geschoben, auch er teilweise sehr weit mit in die Offensive gegangen, dass er dann da steht. Und dann ist es teilweise so ein Aufbauspiel gewesen, dass sogar De Ligt noch ein Stück nach hier gezogen ist. Wenn Goretzka da stand, Pavlovich da und zu Not ist Alexander Pavlovich dann hier mit nach hinten gegangen und hat sich quasi nochmal zwischen die Verteidiger fallen lassen. Dann ist ein Musiala, teilweise hat er diesen Weg gemacht. Dann konnte man das Spiel wieder von hinten raus aufbauen. Guerreiro sowieso immer anspielbar gewesen. Auf links außen, weil der kaum einen Gegenspieler bei sich hatte. Und dann konnte Musiala Guerreiro anspielen. Der spielt einen Doppelpass zu Musiala zurück oder Musiala spielt den Ball quasi wieder die Linie runter, wenn Rafael Guerreiro dann diesen Weg mitgegangen ist. Das war wirklich richtig, richtig gut. Wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal kurz in die, quasi die Ausgangssituation bringen, dann sehen wir hier Pavlovich dahin, Goretzka dahin, Guerreiro dahin, Daya und De Ligt. Ungefähr, das passt jetzt natürlich, es sieht nicht ganz so schön aus wie am Anfang, aber so ist das grundlegende System. Was wir sonst oft gesehen haben, war, dass Kane dahin geht mal oder sich mal dahin fallen lässt und halt vor allem hier, dass Kane nicht immer die Box besetzt, sondern sich oft auch mal fallen lässt, um auf verschiedenen Positionen anspielbar zu sein. Das war in dieser Partie viel, viel weniger. Und das fand ich richtig, richtig gut. Weil, und das haben wir im Hinspiel gemerkt, das war ein Problem, dass der FC Bayern München die Box nicht besetzt hat. Harry Kane vorne als Zielspieler war kaum zu finden, war viel zu wenig zu finden. Das war hier ganz anders, weil er halt einfach nicht nach da gezogen ist, nicht mal nach da gezogen ist, um da anspielbar zu sein und das Spielgeschehen quasi zu fördern, sondern er war wirklich als Neuner vorne drin und das war richtig, richtig gut. Dazu kommt noch, dass eben, wenn Joshua Kimmich hier so weit mitten in die Offensive gegangen ist, dass dann Sané automatisch immer ein Stück eingerückt ist. Und wenn dann auch hier Eric, äh, Eric Session, Raphael Guerreiro war, dann haben sich teilweise auch die beiden Innenverteidiger, wie es dann sehr üblich ist, ein Stück nach außen fallen lassen, nach außen schieben lassen. Und dann, ähm, konnten die Sechser hier, solange man das Spiel kontrolliert hat, und das war dann vor allem im zweiten Durchgang so, konnte einer der Sechser sich immer quasi ein bisschen versetzt hinstellen, dass es so war. Und dann hat der andere den Ball von links nach rechts verteilt. Hier, es gibt dann, seht ihr das, wie viele Anspielstationen es da gab. Der Ball zu Goretzka ist potenziell offen. Dann kann Goretzka das wieder zu Daya spielen, von hier wieder zu Guerreiro, oder auch wieder zu Matthijs de Ligt. Das heißt, es war taktisch sehr, sehr klug. Da Lazio ja mit diesen 2-3-er-Ketten-Systemen, äh, also 4-3-3 hat Lazio in der taktischen Ausrichtung gespielt. Da war es dann sehr oft so, dass die teilweise mit 2 oder sogar 3 Männern, ähm, weil sie ja auch teilweise dann 3 Männer auf einer Seite, 3 Männer im Zentrum und 3 Männer auf links, also auf rechts hatten, ähm, die direkt gedoppelt gedreifacht haben. Und da war es dann natürlich das Verschieben sehr gut. Und was vor allem da halt stark war, dass, sagen wir mal, Mosella rückt ein Stück ein, ist auch immer hier im Zentrum noch anspielbar. Der macht immer wieder auch diesen Weg, holt sich im Zentrum den Ball ab, dreht sich und spielt er schnell nach vorne. Und weil Lazio Röhm eben das so eng gespielt hat und das Feld so eng gemacht hat, war halt super oft der Weg und der Platz für Raphael Guerreiro frei. Der geht hier die Linie runter und dann bringt er entweder die Flanke vorher in Richtung Kane, einen Pass in den Rückraum zu Jamal Mosella oder einmal mit Druck in den Strafraum, wo dann zum Beispiel ein Thomas Müller stand. Und das war richtig, richtig gut. Das war was, was wir in den letzten Wochen beim FC Bayern München so überhaupt nicht gesehen haben. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich dieses System beschreiben müsste, dann war es das, dann war es für mich, sagen wir mal, du schiebst hier ein bisschen hin, Goretzka auf diese Halbposition, dann war es das, ich weiß es nicht ganz, sagen wir mal so, dann war es wirklich das, wenn wir im Spielaufbau waren, dann war es ein 2-4-3-1, vielleicht kann man es auch als 2-7-1-System sehen, weil die hier dann doch teilweise auch sehr nah beieinander standen und Kane dann als Stürmer hier, so machen wir eine Linie zwischen, dadurch das als Linie vor, ein bisschen abgegrenzt war. Dann ist der FC Bayern also mit den beiden Innenverteidigern gefahren, zwei wirklich sehr, sehr offensive Außenverteidiger, was der Game-Winner war, mehr oder weniger auch für den FC Bayern München, der Game-Winner und natürlich ein bockstarker Alexander Pavlovich, aber diese beiden offensiven Außenverteidiger haben das Spiel natürlich für den FC Bayern München sehr breit gezogen, was dabei geholfen hat, dass Lazio Rom eben mit den zwei Dreierketten, die da vor der Abwehr standen, also mit den drei zentralen Spielern und den drei Offensivspielern, dass das ein bisschen, ja, dass die, weil wenn die immer auf zusammen drauf gehen, immer das Feld sehr eng machen, dass man das verlagen konnte, guck mal, Kimmich spielt auf Pavlovich, Pavlovich spielt den auf Guerreiro, weil, sagen wir mal, da er hier eingerückt ist und Goretzka das wieder zurückgespielt hat, das war einfach sehr, sehr geil und so konnten die Bayern den Ball schnell und gut verteilen und diese beiden offensiven Außenverteidiger waren es einfach und was, was ich hier nicht einzeichnen kann, aber was ich mir hier auf meinen schlauen Plan gestiegen habe, ist, hier haben wir, wo, da haben wir Guerreiro, wenn Guerreiro, ups, hier, das ist gegen die Richtung, ich gucke so, wenn Guerreiro hier nach vorne zieht, dann hat Jamal Musiala hier natürlich einen riesen Raum, mit dem er frei stehen kann, hier seht ihr, Goretzka zieht entweder dahin oder dahin zwischen die beiden Innenverteidiger, gleiches gilt für Pavlovich auch mit dem Weg ins Zentrum, Kimmich sehr in die Offensive und Sané, der hat halt super viele Varianten, er kann hier in die Mitte ziehen, so wie wir es beim 3-0 gesehen haben, als er da den starken Abschuss hatte, Thomas Müller von hier teilweise auch mal da runtergegangen, die Linie, Joshua Kimmich auch hier, er hatte den Weg entweder, er kann hinterlaufen, er kann vorher ziehen in den Strafraum, vor Leroy Sané her, das war einfach richtig, richtig gut und vielleicht ist es das 2-7-1-System im Spiel, welches aus dem ursprünglichen, ich mach's nochmal schön, ursprünglichen 4-2-3-1-System gebaut wurde, das hat mir einfach richtig gut gefallen und das ist, es hat mich überrascht, dass Thomas Tuchel hier jetzt auf einmal nach diesen vielen schlechten Wochen so ein geiles System kocht, wenn man es aus dieser Ausgangslage noch einmal letztes Mal beschreiben möchte, du ziehst dahin, Jamal Mosella hat immer wieder ein bisschen den Platz ins Zentrum zu gehen, so, Mosella kann immer wieder ins Zentrum, Müller zieht teilweise dahin, Sané hat die Option, dahin zu ziehen oder die Linie runter zu gehen, dann ist dazu Joshua Kimmich, der ihn grundsätzlich immer hinterläuft und dann, wenn Guerreiro hier offen ist, lässt sich Goretzka dahin fallen, einer von den beiden Sechern lässt sich potenziell im Spielaufbau auch dahin fallen, wenn entweder Daya und De Ligt jeweils ein bisschen nach außen ziehen oder wenn beide ein bisschen nach rechts schieben, wenn eben Guerreiro hochgeht, Goretzka hier sich hinfallen lässt, dann sind beide Innenverteidiger nach rechts geschoben, Kimmich sowieso offensiv und dann konnten Pavlovic den Ball von links nach rechts verteilen und Harry Kane war größtenteils vorne als Anspielstation, vielleicht kann man hier auch so ein paar kurze Pfeile machen und hat sich Wendt nur kurz, äh, kurz, kurz angeboten, um ihm in den Spielaufbau zu kommen, das sieht, es sieht so vielleicht sehr wir aus, aber es ist wirklich eine sehr, sehr geile taktische Ausrichtung, die Thomas Tuchel hier gefahren ist, das hat mich wirklich sprachlos gemacht, taktische Thomas Tuchel Masterclass, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch gesehen habt, abonniert den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen und checkt natürlich unbedingt die Spielerbewertung ab und schreibt mir in die Kommentare, was du von dieser taktischen Ausrichtung vom FC Bayern gehalten hast. Bis zum nächsten Mal.